5. 1. 2. 3. 2. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 10. 1. Ich will nur auf Kampfer. Ah f**k, ich vergesse ihn. Ja? Ah, ja, ja. Ich weiß schon, wo du so einen Hebel drehst, was dreht sich dann so? Ja, lass damit. Cetrion, ja. Okay, lass damit. Normalerweise musst du so ein Amulett oder so kriegen von mir. Ja. Ja, und du musst dann den Kopf auch einsetzen. Du kriegst mal den Kopf und dann nimmst du den Kopf und setzt ihn dort ein bei den Kisten, wo du die Köpfe aufspielst von jedem. Oh ja. Sicher. Ich hab schon ein Bugjob zu bekommen. Okay. Alter. Alter. Ich hab ihn schon ab. Komm rein. Ich will die. Ja. Hier. Guck. Kein Fall war doch ein Scherz vorst. Round 2. Fight. Das ist das Wettbewerb. Das ist ein Blatt, man hat gewonnen. Final round, fight! Aaaaah! Ja gut, das kommt jetzt. Ja gut, das kommt jetzt. Schöner Wetter. Was? Hab ich auch gedacht. Jetzt aber. Ja gut, das ist gut. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. FATALITY! KUNG LAO WINDS! Bei manchen steht ja irgendwas da mit 9 von 17, auch 5 von 25, das ist verschieden bei jedem Charakter. Manche kriegen mehr, manche weniger. Verlegt gerade. Den nehme ich jetzt. Den spiele ich auch gerne. Colosseum Beast Pen So den 10. hat es ihn nicht gegeben, nur in der Story. Ja, wo ist der Ding? Ja, ich bin nur zu zweit schon wieder. Ich bin nur zu zweit. Ich bin nur zu zweit, aber ich bin nur zu zweit. Ich bin nur zu zweit. Ja? Okay. Ja? Ja. Die Hände sind besser. Warum? Was war denn? Ich muss nur sagen, ich muss nur feiern, dass er nach rechts zurückgeht, dass er die Leitung ist. Ich muss nur sagen, dass er nach rechts zurückgeht, dass er die Leitung ist. Was ist das? 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 Es ist offiziell! Du stinkst! Shao Kahn wartet! Fischkebab! Wir müssen so drehen und abschneiden mit der Hand. Ja, das kann man nicht machen. Wir müssen, wenn dann, machen wir ein normales BVP. Dann können wir wiederholen, immer wieder drücken und so. Wir haben die Angst vor uns, weil wir so gut sind. Soll ich da rausgehen? Soll ich da normalen BVP spielen oder? Und dann... Wir haben doch nomine ... Kano zu Sieg, nicht ganz schön. Keino zu Kahn��. Ja und beide Kanos. Ja. Beide Kanos. Du wusstest, was kommen würde. Frag mich nur, was da so lange gedauert hat, Kano. Niemand verlässt den Schwarzen. Ja, das war alle gehört, glaube ich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern an alle. Ja. Schau. Aha. Oh, ja. Oh ja. 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 Jo. Ja. 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 Ich habe dich nicht mehr aufgeschraubt. Bleib mal da hinten, ich probier mal was. Geht gut, komm mal gleich. Bleib mal da hinten. Geht nicht, das geht nicht. Normalerweise muss er nochmal dreimal in die Luft schießen. Jetzt macht er, wow. Geht nicht. Geht nicht. Oh, das ist ne Krähe. Ich denke, ich darf aber in diesem Spiel einfach einen Blackness ins Spiel nehmen. Geht nicht. Ich muss gerade wegrichten, wenn ich das hier verstand. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ich schaffe ihn nicht an. Geht nicht. Auf dem Boden. Was machen wir da? Oder Headshot Wir sollen das langsamer machen, ich will dir nicht so viel bauen Er macht das zu schnell Langsamer wäre interessanter damit ich sehe wie das Gesicht dann ausschaut wenn er so vergeben bleibt auf eine andere Stelle Eine Gesichtsbaustelle Können wir nicht irgendwie so machen, dass Randoms reinkommen zu uns? Gegen irgendwo andere, aber ich glaube das kann man nicht aufmachen Ob man das irgendwie aufmachen kann, dass Randoms reinkommen ins Spiel, aber ich glaube das geht nicht Dass andere Leute reinkommen zu uns Keiner sagt irgendwas, keiner redet Ja, aber so zweit ist halt scheiße Ja, aber wurscht, kannst du das nicht machen, ich kann nicht ein paar Türme spielen Ich muss ja noch ein paar Türme machen Ja, dann mach mal das was du zu Hause hast Ja, dann mach mal das was du zu Hause hast Und bleib einfach in der Party Ja, ich geh da rüber Okay Jax 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 gegen Jax Ich hab bloere Hände als du Ja, aber unter dem Metall ist Fleisch Er hat die Hände ganz normal, ich hab mir gedacht das ist alles Metall Ja, aber wenn du ihn die Hand abreißt, dann ist er unter Fleisch und Knochen Weil ich hab ihm schon ein paar Mal die Hände abgerissen Und du hast trotzdem Fleisch und Knochen in Metall Ja, das ist aber nicht Ja, beim Hals ist es genau dasselbe Ja, sie müssen das catchen, Alter Das geht nicht, das ist so kacke Das werden wir gleich sehen Round 1 Fight Äh, die anderen haben wir nicht gesehen Wenn ich nicht gesehen Ah, so Ich hab' das Gesicht geschossen Ich hab' das Gesicht geschossen Ich bin jetzt Mach' dich Ich bin ja Ich bin hergeschlagen. Der Uferbäumer gewinnt ja mal gewinnt her. Ja, das kommt schon eher hin. Die anderen trauen sich nicht gegen uns spielen. Die anderen trauen sich ja nicht gegen uns spielen, weil sie haben ja Angst. Na gut, pass auf, wir hören uns später, ne? Gehst du raus aus der Party oder bleibst du in der Party der Welt? Weiß ich nicht. Ich bleib schon, ich will schon noch ein bisschen Motto-Competent spielen, was wir machen. Ja. 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 Später. Ja. 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 Ja ile. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.